Hey, was war'n das? Will ich eigentlich verarschen? Es sterbt auch weniger. Komm, komm, das machst du jetzt so. Da! Oh, Can, der ist echt irgendwie voll leicht. Halt die Schnauze. Wir müssen wohl das besser machen für dich. Du kriegst ne Belohnung. Kubi, kannst du mir bitte vier Ledersachen zuwerfen? Ja. Und, warte mal, ich hol kurz die Farbe. Liegen irgendwo auf dem Block. Ich hole den Stoff. Weißt du, ne Farbe möchtest du? Rechne im Orange. MAAANN! Hast du mich eben runtergehauen? Ne. Will jemand hellblau? Ne, Kubi, Kubi, du bekriegst gelb. Boah, Leute. Da kommt dann nämlich rot. Da krieg ich wieder einen Regenmantel, ne? Da kriegst du wieder einen Anorak. Genau. Einen hässlichen Dreck gegen Anorak. Was Schnauze machst du jetzt? Hast du da einen Block dran gebaut? Warum ist hier überhaupt ein Sandturm? Weil Kubi denn dahin gebaut hast. Hä? Hau auf, den dahin zu klatschen. Ich hab... Alter! Nein! Nein! Guck mir ins... Guck mir ins Face! So... Ja! Roter... Roter Bullshit für mich. Nein! Ich hab keine Lust mehr. Ich mach jetzt Rage-Good, Alter. Alter! Oh, du schlechter Boy! Gibst du die Challenge auf? Kommt davon, wenn man mir hier Sandblöcke hinwirft. Gut dann, weiter. Dann Kubi auf Blöcke da und hinzuplacen. Ich place überhaupt nicht, dass... Es war Kubi. Es war Kubi. Gepraced hat. Davon sind je. Ja, ich vor allen Dingen, ne? Scheißfotzer. Nein! Letzter Sprung, verkackt. Shitty. 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 Boah, Alter! Weißt du? Und der... Der, der das normalerweise in den Zett macht, der... Der weckert dann rum, ne? Lass mich einfach hochgehen. Na! The fuck? Fick das, Alter. Fick das, Alter. Ich bin nur gar Fan der Rüstung. Mir ist dich persönlich. Ah, okay. Hast schon gemacht. Sieht mega sexy aus. The fuck? Oh, John, ey. Ernsthaft? Sorry. Boah, Alter. Wo bist denn du gespawnt? Ja, da wo du nicht gespawnt bist. So. Boah, Alter. Weißt du, dann kommt er hier in die Tiefe des Meeres. Du... Lol. Gern geschehen. Shit, du lol. Fuck's. Ja, schade. Kannst du weitest mal geklappt. Fuck's. Ja, jetzt hör auf zu ragen, ey. Lass mich aber ganz noch mal weiterlaufen. Bitch, ey. Du... Du... Fick dich. Fick deine Mutter. Fick dir keine Arschbacke. Was? Okay, dir sind ein bisschen rum, ja. Auf deine tätowierte Arschbacke. Auf die linke. Boah, Fick dich, du kleine Hure. Boah, guck mich, schlägst du dort mit deiner geilen Axt um? Nee. Ey, er legt's aber auch echt drauf an, gell? Er sieht, dass ich die Axt in der Hand hab und schlägt mich einfach trotzdem. Tschüss. Johnny. Meine Mutter hat mir wieder geraged. Walter, mach dir jetzt mal eine Challenge. Soll ich hier so viel zu beefen? Okay, machen wir jetzt auf damit. Ja. Boah, du kleine Hure. Hast mal rausgeschlagen, ey. Nein, du... Alter, Nico. Oh, ich hab dich... Ja, du spinnst dich doch. Ich bin eke after. Ich bin hier umgehend, alter. Kannst du jetzt mal damit aufhören? Du fängst immer wieder an. Alter, jetzt gibt's beef, ne? Ich bin viel schöner als du. Ich bin viel schöner wie du. Boah, alter. Kuh, wie ernsthaft. Ihr müsst dich dauernd töten, die zwei Pussys. Wolle ich mal jetzt zwei Pussys. Wir sind nicht in zwei Pussys lang. Nein! Ach, mein Gott. Mein, mein Helm. Hey, den will ich haben. Mein Helm. Was wollt ihr tun? Alter, Can, ich geh eben außen lang. Mir ist das Wayne. Muss ich ganz ehrlich sagen, gell? Ja, ja. Was? Nö, aber ne Axt. Was? Man, die Challenge ist eigentlich sau leicht. Wir auch. Würden wir uns nicht ständig biefen, hätten wir die Schlangen geschafft. Ja, ich war schon zweimal am Ende. Kurz davor halt. Boah, fick dich, Kubi, Alter. Du bist so ne kleine Bure. Du hast übrigens schon seinen Lieblingssprung. Halt mir ne scheiß Fresse. Lass den mal da runterschlagen. Boah, alter. Tun's leidens! Oh, mein Geld! Ach, süßer. Ach, Kubi, komm ey. Wir müssen mal auf mit der Axt zuhauen, ernsthaft. Kubi, das wird echt bitte mit der Axt zuhauen. Kubi, hör endlich auf damit. Obwohl, du kannst mich ruhig töten. Das Lustige ist, dass ich dann einfach oben spawne. Warum eigentlich? Weil ich mich da oben Spawne-Prenten gesetzt hab. Hahahaha. Los, tötet mich ruhig, hab ich kein Problem mit. Komm, tötet mich. Tötet mich. Ich warte schon die ganze Zeit da drauf. Yo, Nico, klar! Hey, was bist du für ein unfaires Schwein? Machst du die Axt mal weg? Was hast du denn für ganzen Scheiß dabei? Und Goldäpfel. Habe ich überhaupt nicht. Ne, hab ich nur eingesammelt. Na dann geht's doch. Sorry. Verdammt. Du musst mal alles wegwerfen. Du wirst einfach selber runtergefallen, ne? Und weg, 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 weg. Hoffentlich kriegst du irgendwann Tribot schon. Boah, ja. Lecker. Lecker. Lecker Tribot, gell? Ja, der schmeckt voll lecker. Springen wir als erstes, komm. Boah, dein Ernst. Ich hab in den Himmel geschossen. Ernsthaft, John, ich hab in den Himmel geschossen. Ja, Protzer. Das war Nico, ohne Witz. Jan, ich würde ja niemals das tun. Achso, äh, sorry. So, jetzt. Alter! Du warst am Abfall, du vergetz. Haha, nein, nein, ja, ich hab's geschafft. Aha. Ja? Achso. Boah, jetzt mach die Tür auf, ernsthaft. Haha, ich hab dich doch schon durchgehen lassen. Wo kommst du denn, ich schreibe? Ach, Leute, mach die... Lass die Teile... Nein, hören wir auf, hören wir auf, Kubi. Kubi, hören wir auf? Ja. Okay. Boah, Kubi, jetzt werden wir endlich auf damit zu hacken. Boah, Alter, er macht da nen scheiß Hack aus, Kubi. Alter, mach doch mal Eier, scheiße. Hahaha. Okay, geschafft, voila. Ich hab gehört, ihr seid alle Noobs. Alter, nicht hauen. Ich haue euch nicht. Hast du gehört, du stinkst doch mal die Challenge? Sieht nur so aus. Hast du dich schon gemacht, die Challenge? Ja, guck doch, ich war da hinten schon. Ja, dann darfst du mich auch nicht hauen. Dann tu ich auch nicht. Ich muss kacken. Bin durch. Ich muss echt kacken. Mach die Challenge halt noch schnell. So viel Scheiße, die du gemacht hast. Hahaha. Boah, du tisch. Boah, dein Ernst? Oder warte mal. Kubi, jetzt mach die Challenge noch einmal ganz normal. Ich muss dich damit irgendwelchen Scheiß am Arsch machen. Hahaha. Ey, wenns aber geht. Trotzdem nicht, deswegen. Kann doch ausnutzen. Nee. Ich geb auf. Nein, tust du nicht. Die ist möglich, verdammt. Ja? Da ist doch bloß dieser einfache Sprung dabei. Boah, und Can macht direkt weiter, ne? Ernsthaft? Gewöhn dir das mal ab, Can. Ja, gell? So, fliegst du raus? Du hackst hier nämlich die ganze Zeit so rum. Das nervt mir so. Und? Gell, cool. Das gehört sich nicht. Wenn du das auch in der Season so machst, gell? Ey, schwör dir, da fliegst du raus. Boah, halt die Schnauze. Hahaha. Ernsthaft, Kubi, wenn du das in der Season machst, ne? Nein. Was würde mir das bringen, irgendwo hochzuklettern? Sorry, Nudeln. Dann macht mal, oder? Wäre nicht unbedingt ein Nachteil für euch, wenn ich da einfach irgendwo hochklettern kann. Aber ein Vorteil für dich? Faggot. Naja, auch nicht so stark. Ja, doch schon stark genug. Wäre ja schlimmer, wenn ich mir Dias cheaten würde oder so. Das wäre, denke ich mal, schlimmer. Hast du doch auch schon gemacht? Ne. Ich habe keinen einzigen Dias, das ist schwierig. Ich habe sechs Stück gefunden, das war's. Ich habe einfach 200 FPS, ey. Geht grad voll geil. Kann man hier cuten? Boah, ey. Hörst du damit auf? Wie auf der anderen Seite steht dann? Haha. Geschafft. Can, warte doch mal. Boah, Junge. Dein Ernst? Warte. Nein! 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 Boah, du Arsch. Ne, du wirst hier nicht weiter. Och, ich will doch den Sprung noch mal austest, du Spaßst. Du wartest auf Kubi! Das ist ein ganz normaler Dreiersprung. Oh, schmal dir danach den Vierersprung. Halt deinen Mund jetzt, der meldet dich sonst bei der Minecraft-Polizei wegen Hex. Oh, das ist blöd. Und dann fliegst du raus aus das Season. Dann kann Can, äh, dann kann Can Tschüss sagen. Minecraft-Polizei? Ja. Gibt's auch Minecraft-Polizei so viereckig? Klar. Wie viel erkehlt den Brüsten? Boah, Kubi, weißt du, wegen sowas will ich nicht, dass du das kaputt machst. Aber es geht doch kaputt! Nee, dann ernsthaft, hör auf mit dem Scheiß! Na, aber es geht doch! Nein! Doch, es geht! Da steht Donut Break Bloods. Mach es neu! Sehr ruhig! Ja, wer ist denn da jetzt? Ihr seid hässlich. Mach es neu! Alter, sehr ruhig! Kubi, mach es neu! Mein Gott, dieser Adventure ist, dass du darum abgefuckt zu werden, okay? Und nicht um einfach die Sprünge irgendwie zu schaffen. Ach, ey. Ach, ey. Ah, aber... Du kleines Hundesonkind, Alter. hier genau dann bald erstmal schön sand ab ja ich baue sand aber um da wieder hoch zu kommen ja was denn da kann sich weiter machen dann mache ich dir von euch von hier wo so was kackt ihr euch jetzt ein musste nicht mal schummeln ja dann kackt sich da in die eier kackt sich also ein geiles würstchen zwischen eiern und das wäre doch mal was ich gebe dir ein boost das wäre doch was janet du arsch das war zu weit so ein kackwürstchen zwischen deinen kleinen zwischen den zwischen den zarten soften eiern da steht drauf qualität leute werden wir sagen qualitätsoffensive 2014 er genau ja faggot erst mal dass sie starten also der vierer ist irgendwie mittlerweile schon geschafft na ja dann geht ich ruhig mal erhängen in der zeit ich könnte ein bisschen kleiner bananenpflücker wird bei wieder zeit schon wieder was pflück ich da was bananen baumwolle hier noch ein vierer kokosnüsse ich weiß nicht nein die kokosnüsse habe ich habe ich in der hose ja da ist da tut mir deine freundin leid die smashe ich da heute mit der achter die sprafen ist ein schauf jotal aloo Licco packt hier seine fetische gerade mal aus Ich hab's geschafft. Das ist der Diebe Shit, bis beide Hoden braun sind. Bis beide hohen Haaren sind. Aber steckst du einfach deinen Hoden mit rein, oder wie? Ich hab Weihnachtsmann- ich hab Weihnachtsmann-Hoden. What the fuck? Der spritzt nur einmal im Jahr. Also er kommt... Oh, das ist mies. Das ist saumies. Nö, das ist gar nicht saumies, das ist übel einfach.